Die langen Pfeile kommen in Mode. Mach den Arm schnell! Worauf sollen wir denn zielen? Du sollst schießen, du Arschloch! Feuer! 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 Komm, spiel etwas für die Männer. Wir brauchen etwa einen Tag für jede Biegung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich bin der große Verräter. Es darf keinen größeren geben. Wer auch nur wagt, ganz davonlaufen zu denken, wird in 198 Teile zerstöckelt. Und auf ihm wird dann so lange herumgetrampelt, bis man die Wände mit ihm streichen kann. Ich bin der große Verräter. Ich bin der große Verräter.